So, wir haben mal wieder einen himmelvoller Wien. Nein, das ist nicht, Francis. Ach, da sind ja auch noch ein paar. Moment, Francis, wo bist du? Ah, da, eine Sekunde, ich hab da was ganz Nettes für dich. So weit kommst du sowieso nicht. So, ja, jetzt kannst du loben, können wir die auch mal einsetzen hier. Da ist jeder Schuss ein Zombie. Dauert halt nur weit länger. So, befreien wir mal meine Junggesellenbude. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Ach, das treffe ich doch sowieso wieder nicht. Oh, wartet mal, die könnte ich auch mal kurz da weg machen. Sonst tue ich mir gleich, aua. Ja, ich weiß. Zack, und weg ist. So, jetzt bewahre ich mir mal noch ein paar Bienen auf. Glück, Leid. Könnte ich ja brauchen. Mal vorsichtig, aber direkt wechseln. Man weiß ja nie. So, die haben alle ein bisschen Öl dabei, das finde ich schön. Moment, ich mach das hier einfach mal. Du lässt das bitte schön. So. Hat du Öl? Hat du nicht. Moment, ich bin ja gleich da. Du kriegst auch einen, bitteschön. Wer denn? Ach, von dort. Na, Schnorchie. Wer wird denn gleich? Mach halt so. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen. Ja, meine Lieben. Willkommen nach dem Schnitt, würde ich sagen. Den würde ich nämlich jetzt gemacht haben. Bist du wohl. Ähm, wir sind hier immer noch dabei, wie ihr seht. Und kräftig am, äh, erzählen. Wer hat sich denn da reingemogelt? Ich höre da jemanden, der sich, ähm... Ah, nee, ich glaube, die sind sich da immer noch am, am Ding jetzt am rummogeln. Aber ich muss hier gleich mal eine Menge wetschmeißen. Schnorchie. Läuft nicht. Petra, ähm, Moment, ich glaube so, ne? Dann könnte ich auch treffen. Wer kommt dort? Keiner. Auf, weg. Moment. So. Ähm, eine Sekunde. Ich würde ganz gern... ...behalten. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Geht jetzt schneller, deswegen mach ich das... Oh. Ähm, Use und... Hopp. Nicht doch. Warte mal. Für euch, ähm... Den da. So. Und du einen. Und du einen. Und... Bitteschön. Kriegst halt zwei. Kriegst halt einen mit. Und... So kann ich es aber nicht lügen. Moment. Muss ich doch etwas schneller machen. So. Hier hat nichts. Machen wir halt. Würdest du bitte beim ersten Schuss fallen? Ich möchte... So. Nägel. Wie soll ich mit den Nägel hier auffallen? Und... Und... Aufhören. Nein. So. Ich möchte ja gucken, ob sie Öl da war. Ich weiß ja nicht, ob wir noch eine... Äh... Färbelrolle kriegen. Mein... Vielleicht ist ja auch schon da. Würdet ihr kurz warten da hinten? Ich hab nämlich schon wieder keinen Platz mehr, Sonja. Ja, das, äh... Vitamine sind ja immer gut. Sonja... Was hab ich dir gesagt? Hab ich dir gesagt. So. Brauchen wir sowieso nicht. Und, ähm... Öl wäre ganz gut. Ihr bringt mir keine Öle mehr mit. So, mal gucken, was wir da hinten rumkriechen haben. Ja, mach doch weg. Ähm... Ist Alkohol, ne? Moment. Weg da. So. Was kann denn hier mal weg? Das kann mal umgewandelt werden. Uh. Das kann ich aber schon. Kann aber auch umgewandelt werden. Willi, warte. Hm. Willi. Hab ich gesagt, du sollst warten? Hab ich gesagt. Willst du nicht? Gut. Dann auf diese Tour. Ist mir egal. Ich halt auch weg. Snorchi. Mensch. Eigentlich ist die Kugel viel zu schade. Äh... So. Und... Hatten wir schon. Ja. Snorchi. Oh, ich höre Erich. Wer ist denn da? Pamela. So. Dann... Ich habe... Das kann auch mal weg. Das kann mal umgewandelt werden. Das kann auch mal umgewandelt werden. Brauchen wir auch nicht. Dann kann ich nämlich, äh... Das mitnehmen. Das brauchen wir auch nicht. Das kann auch umgewandelt werden. Ich muss ja noch ein bisschen aufräumen. Ich bin gleich wieder da, Kinders. Ähm... Ja, ist ja alles gut. Ich brauche halt, äh... Ab und zu auch mal eine Weile. Kann ja nicht immer so schnell. Wer ist denn da? Du wartest noch eine Sekunde, ja? So. Wo bist du denn? Da. Wo ist denn Erich? Den habe ich doch eben. Der ist da ganz hier. Ja. Warte mal. Na, da kommen wir uns dann gleich auch noch drum. Ach, da ist auch noch was. Ja. Ein oder andere ist noch da, ne? Erich. Warte mal. Bist du das da? Könnte so sein, ne? Zumindest, äh... Bist du es gewesen. Ach, ihr habt da... Hier habt ihr mir auch viel zu viele Minen gelassen. Äh, nicht in meinem Wasser. Den hast du Öl mitgebracht. Willi! Komm zu mir. Warte mal. So trepp ich doch nicht. Sag ich doch. Die reicht doch gar nicht. Ist doch irgendwie. Ähm... Doch, sie reicht. Ich habe noch nicht getroffen. Okay. Wo ist er denn? Willi? Hallo? Hallo? Ich hätte besser hingucken sollen. Willi, gib nochmal ein Röcheln von dir. Ich möchte ganz gern dann Honig. Hier war doch irgendwas. Ach so, ein Stein. Willi ist weg. Haben wir nie aufgepasst. Okay. Willi? Kommst du? Nicht. Moment, Balou. Ich möchte dich nicht erschießen. Aber ich tue es. Wenn es nötig wird. Also bleib weg. Oh, was hat der... Was hast du denn vor? Moment. Ach, das ist Verschwendung. Das lohnt sich nicht. Aber da oben runterschießen könnte ich ja eventuell noch. Meine Güte. Haben die hier ein Chaos hinterlassen? Es geht aber. Also die stärksten Beschädigungen sind definitiv nicht durch die Minen entstanden. So viel steht fest. Ach, da haben sie sogar noch ein paar dran gelassen. Ich könnte mal reingucken. Könnte nicht. Moment. Wo bist du denn? Ach da. Hab dich. Ähm, hier irgendwo. Einer bist du ja. Dankeschön. Ach, da haben sie auch noch ein bisschen was. Ja, da auch noch. Ihr habt viel zu viele Minen hier drin gelassen. Ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich würde sagen, hier ist mal wieder Putztag angesagt. Aber sowas von. Hüpf. Hier sind die Minen auch soweit alle weg. Aber von den Dingern sehe ich momentan nicht, dass da welche von weg sind. Ach, da haben sie sogar noch eine drauf gelassen. Wie nett. Hier waren sie gar nicht beschäftigt. Ach, die Probiermine. Die haben sie mir sogar dran gelassen. Wie nett. Und hier waren sie auch nicht wirklich beschäftigt. Na ja. Ist doch gut. Kann man doch mitleben. Okay. Na komm, auch. Dann können wir später. Jetzt wollen wir erst mal gucken. Was haben wir denn? Das Mal dann diesmal offline. Meine Häuser sind nicht stehen geblieben. Wie schön. Hey. Hey. Ihr könnt jetzt nicht alle. Hallo. Ihr könnt nicht alle gehen. Hallo. Hm. Okay. Jetzt sind sie alle gegangen. Ja, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich räume hier offline mal kurz auf. Das werde ich tun. Und ich beende dann die Folge hier. Werdet ihr am selben Tuch hochladen wie die vorherige Folge. Dann habt ihr auch Spaß. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob wir uns dann in der Alpha 13 wieder sehen. Oder in der Alpha 12.5. Ja. Deswegen werde ich nämlich hier mal kurz aufräumen. Ich werde dann vorsichtshalber neue Folgen schon produzieren. Für den Fall, dass die 13 noch nicht da ist. Ich muss die ja etwas frühzeitiger hochladen. Und ähm. Naja. So viel ist nicht passiert. Also. Wirklich großen Schaden haben die nicht gemacht. Und das waren gar nicht mal so wenig, ne? Muss ich mal so sagen. Was haben wir denn jetzt hier stehen? Ähm. Wieso geht das nicht mehr? Ach. War das hier, ne? Und dann hier. So viele sind ja nicht dazugekommen. Rund 300 Stück, ne? Wenn ich das nicht irre. Wenn ich das nicht irre. Wat für ein beklopptes Ding. Ja. Da seht ihr. Hab ich oben leider es noch gemacht. Ja, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen hoch. Da teilt es auf unseren Social Media. Und dann stellen wir uns in der nächsten Folge. Also. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.